Was? Was? Es ist ein Blastverfahrer. Na, ich60. Du hast es. Das ist so ein Blastverfahrer. Das ist so ein Blastverfahrer. Das ist so ein Blastverfahrer. Ich bin so ein Blastverfahrer. Das ist die Klinge. Die beiden hier sind sicher. Mal gucken, allein diese Flasch, was ist das? Die sind sicher, was ist das? Oh, gut, mait. Du weg. Hade, du weg. Der, du weg. Der, du weg. Der, du weg. Der, du weg. Willkommen! 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 If you enjoyed this video, don't forget to comment, like and subscribe for more of this godly content. Also, follow me on my social media you can find them down in the description box below. That would make me Good feeling, thank you.